Hallo und herzlich willkommen bei Aktien Buddies. In diesem Video möchte ich gerne einmal auf Amazon eingehen, denn ich persönlich finde Amazon ist einfach ein extrem starkes Unternehmen, was ich persönlich auch im Depot habe, das heißt also ich könnte eventuell nicht ganz neutral sein. Ich möchte also einmal generell auf Amazon eingehen, dann möchte ich nochmal vor allen Dingen auf Amazon Web Services eingehen, weil das für mich persönlich die interessanteste Sparte in dem Unternehmen ist und dann möchte ich nochmal mein Fazit ziehen, weswegen ich persönlich Amazon so stark finde und warum ich mir auch vorstellen kann, dass Amazon in den nächsten Jahren auch vom Kurs her extrem weiter wächst. Fangen wir mal an mit Amazon generell. Wenn wir uns Amazon jetzt im Jahre 2020 angeguckt haben oder jetzt auch im Jahr 2021, dann konnten wir jetzt über die letzten Jahre hinweg einen extremen Umsatzwachstum, aber auch einen extremen Gewinnwachstum angucken und das soll auch für die nächsten Jahre beziehungsweise über die nächsten Jahre nicht aufhören. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal in Zahlen angucken, dann ist es so, dass wir einen Umsatz von 486,5 Millionen US-Dollar erwarten und jetzt mal im Gegensatz zum Abschluss des Jahres 2025, da können wir dann sehen, dort soll der Umsatz dann schon bei 867 Milliarden US-Dollar sein und das entspricht ungefähr einem Umsatzwachstum über die Jahre von 78,4%. Das ist schon natürlich eine extrem große Zahl und natürlich klingt das auch schon mal extrem viel. Wenn wir uns jetzt aber den Gewinn angucken, dann ist der noch um einiges mehr erschlagend, denn der Gewinn soll von 53 US-Dollar und 41 Cent pro Aktie natürlich gerechnet auf 164 US-Dollar 11 Cent steigen. Das entspricht ungefähr einem Wachstum von 220% innerhalb der nächsten Jahre, also bis 2025 und das ist natürlich einfach extrem. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, ihr habt es ja mitbekommen, der Umsatz wächst weniger als der Gewinn, denn die Gewinnmarge wird auch einfach höher. Die Gewinnmarge liegt jetzt aktuell bei 5,69% und sie soll bis ins Jahr 2025 bzw. 2026 dann, also der Abschluss vom Jahr 2025, dann bei 10,25% sein. Das heißt, er verdoppelt sie nicht ganz, aber es geht schon in die Richtung. Das heißt also, die Gewinnmarge wird immer höher, der Umsatz, der kann natürlich nicht ewig so weiter steigen und genau deswegen sind die Amazon Web Services auch so wichtig. Da komme ich jetzt sofort drauf. Erstmal ganz kurz nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren und liken, könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr da eine andere Meinung habt. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Kommen wir jetzt mal zu den Amazon Web Services, denn die machen einen Extremteil von Amazon aus. Wenn wir uns jetzt das erste Quartal 2021 wieder angucken, dann muss man sagen, dass Amazon Web Services in etwa 12% Umsatz ausgemacht hat mit 13,5 Milliarden US-Dollar und da kann man jetzt vielleicht sagen, na gut, das ist jetzt ja keine so riesige Zahl, das ist verzichtbar. Man muss jetzt aber hier dazu sagen, was eigentlich der Gewinn ist, denn der Gewinn ist einfach herausragend, um das mal so zu sagen, denn Amazon Web Services hat in dieser Zeit 4,2 Milliarden US-Dollar Gewinn abgeworfen. Wenn wir das jetzt mal aber angucken, im Gegensatz zu dem Gewinn im ganzen ersten Quartal von 8,1 Milliarden US-Dollar, dann können wir natürlich sehr gut sehen, dass das über 50% sind. Das heißt also, Amazon Web Services macht zwar nur 12% des Umsatzes aus, aber über die Hälfte des kompletten Gesamtgewinns und genau deswegen ist dieser Bereich, diese Sparte, sage ich mal, so extrem wichtig für Amazon, auch für die Weiterentwicklung und die ist auch sehr, sehr stark prognostiziert. Da steckt man natürlich auch viel Geld rein und genau das ist ein Grund, warum ich so Amazon Bullish bin, um das mal so zu sagen. Denn bei Amazon Web Services wird prognostiziert, dass sie ein Wachstum zwischen 25 und 30% Year-to-Year haben. Das heißt also zum Beispiel Quartal 2 2021 im Gegensatz zum Quartal 2 2020 und 30%, das klingt nicht nur viel, das ist auch extrem viel, vor allen Dingen, weil das, ich sage mal, in Anführungszeichen ein guter Umsatz ist. Also kein Umsatz, wo einfach nur Umsatz gemacht wird, aber kein Geld mitverdient wird, sondern weil das nur einfach ein Umsatz ist, mit dem extrem viel Geld verdient wird. Das heißt also, die Gewinnmarge ist da extrem groß und da ist natürlich jeder Anstieg auch sofort merkbar im Gewinn. Und genau deswegen schätze ich Amazon über die nächsten Jahre hinweg auch so extrem stark ein. Wenn wir jetzt auch nochmal ein paar andere Zahlen angucken, zum Beispiel die Abonnenten des Prime Services, dann können wir auch sehen, der wächst auch extrem. Natürlich jetzt auch ein bisschen aufgrund der aktuellen Lage, das muss man natürlich immer dazu sagen, aber wenn man sich anguckt, Quartal 1 2020, hat man gerade die 150 Millionen Prime Mitglieder erreicht und jetzt gerade spricht Amazon schon darüber, dass sie über 200 Millionen Prime Mitglieder haben, also innerhalb von eines Jahres 33,3% mehr Kunden, dann ist das einfach extrem stark. Da muss man natürlich dazu sagen, das wird vielleicht nicht mehr so stark weiter steigen über die nächsten Jahre hinweg, weil das jetzt natürlich irgendwo begünstigt ist durch die ganze Lage, aber nichtsdestotrotz wird Amazon Web Services weiterhin, wie ich gerade gesagt habe, zwischen 25 und 30% Jahr-to-Jahr wachsen. Wenn wir uns jetzt aber auch die Werbeumsätze angucken, dann sehen wir dort auch eine extreme Steigerung. Im Gegensatz zum Beispiel zum ersten Quartal 2020 sprechen wir dort von 77% mehr Umsatz. Also auch das wird immer wichtiger für Amazon. Und auch die anderen fundamentalen Daten überzeugen einfach. Wenn wir uns zum Beispiel mal das KCV, also das Kurs-Cashflow-Verhältnis angucken, dann liegt das halt bei 25,7. Und wenn man sich jetzt gerade Amazon anguckt, muss man natürlich sagen, es ist relativ teuer bewertet mit dem KGV von ungefähr 55. Wenn wir uns jetzt natürlich angucken, wie jetzt gerade der Kurs steht, im Gegensatz zum Beispiel dann zu 2025, beziehungsweise Ende 2025 uns das Ganze angucken, wenn die Prognosen auch so eintreffen oder eventuell dann sogar natürlich noch übertroffen werden, dann kann man sich so ungefähr ausrechnen, dass Amazon im Jahre 2024 roundabout ein 27er KGV hätte und im Jahre 2025 dann nur noch ein 21er KGV. Das heißt also, das KGV fällt natürlich dementsprechend, wenn der Kurs gleich bleiben würde. Ich gehe jetzt trotzdem davon aus, dass der Kurs einfach mitsteigt, weil auch in 2025, auch wenn die Schätzungen, auf die ich mich jetzt berufe, da natürlich auslaufen, heißt das ja nicht, dass Amazon ab dann den Punkt erreicht hat und dann geht gar nichts mehr, dann wachsen sie nicht mehr und machen sie nicht mehr mehr Gewinn. Das ist natürlich auch nicht so, sondern dort wird man natürlich auch weiter wachsen. Deswegen komme ich jetzt mal zu meinem Fazit. Insgesamt finde ich persönlich, ist Amazon ein richtig starkes Unternehmen, was extrem viele Umsatzwachstumschancen noch hat, was extrem viel Gewinnwachstum vor allen Dingen macht, vor allen Dingen, weil sie diese Sparte AWS immer weiter verstärken können. Und insgesamt gefällt mir auch das Management von diesem Unternehmen. Das heißt also, jetzt aktuell ist es zumindest für mich so, ich finde Amazon sehr hoch bewertet, aber nicht überbewertet. Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, muss man natürlich sagen, Amazon ist sehr, sehr teuer. Aber wenn man sich jetzt auch diese Zukunftsaussichten anguckt, dann sollte man vielleicht mal für sich selber das Ganze ins Verhältnis setzen und sich mal angucken, ob man das dann noch immer so extrem teuer findet. Und dann, wenn man das Ganze einmal zusammenlegt und sich das Ganze anguckt, dann ist es zumindest für mich persönlich so, dass ich Amazon zwar teuer finde, aber auf keinen Fall zu teuer. Beim jetzigen Kurs würde ich auch nicht unbedingt einsteigen. Wir sind jetzt gerade bei ungefähr 3460 US-Dollar. Ich würde auch vielleicht nochmal auf eine Korrektur warten, vielleicht Richtung 3300 US-Dollar oder vielleicht sogar noch weniger. Man kann sich aber auch durchaus überlegen, Amazon zum Beispiel in einen Sparplan zu legen. Also dementsprechend dann immer nur Teile einzukaufen. Das könnte man sich überlegen. Oder natürlich, man wartet dementsprechend einfach auf die nächste Korrektur. Man muss jetzt aber bei dem Kurs dazu sagen, dass jetzt ganz, ganz groß überall die Gerüchte gerade umgehen, dass der Kurs gesplittet wird. Ich habe da leider mehrere Zahlen gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nichts Ausführliches zu geben, weil es auch einfach so ist, dass das Ganze nur Gerüchte sind. Ich habe gelesen ein Zehntel bzw. ein Zwanzigstel, also dass der Kurs durch 20 oder durch 10 geteilt wird. Und durch 10 könnte ich mir durchaus vorstellen, dann wären wir halt bei 340 US-Dollar ungefähr. So ein Kurssplit hätte natürlich auch einige Vorteile, gerade wenn wir uns jetzt mal angucken, wie hat sich das Ganze zum Beispiel bei Apple oder auch bei Tesla entwickelt. Also da hatten wir einen extremen Kursanstieg, als dieser Split angekündigt wird. Sowas könnte natürlich auch eventuell bei Amazon passieren. Und man muss dazu sagen, wenn der Kurs um einiges günstiger ist, dann könnte Amazon zum Beispiel auch in den Dow Jones aufgenommen werden, was ja dann auch nicht unwahrscheinlich wäre. Und damit würde man dann natürlich eventuell noch neue Käufe anlocken, zum Beispiel die ganzen ETFs, die dann sich auf den Dow Jones berufen bzw. die auf den Dow Jones dann dementsprechend basieren. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren und auch liken. Und wie gesagt, auch gerne kommentieren, falls ihr eine andere Meinung habt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.